so servus und willkommen zurück zu let's play star wars der forster nicht 2 ja machen wir weiter würde ich sagen und gehen durch diese tür und öffnen sie ja wie mächtig so ein kleiner dunkler raum mein gott wie ich einfach mal unsere laserschwerter mega mäßig rauchen das sieht ihm wie sie mich witzig aus so aufzug sehr schön okay schwarzer bildschirm nein nein okay ich wollte sagen nicht wieder so ein schwarzer bildschirm wie bei party was waren das für ein paar 14 oder so ich habe keine ahnung auf jeden fall wo es dann halt abgeschmiert ist und da wisst er noch manche von euch bestimmt ja was ist das denn hier sind wir jetzt hier irgendwie an einem speziellen ort oder wie sagt bloß es kommt schon der liebe waiter und will uns töten irgendwie habe ich gerade die orientierung verloren wo muss ja ist mir doch egal billig aber aber ehrlich und nein wir können ihn schon atmen hören der alte patient hier ähm ui ach neun äh okay erinnerung an eines toten okay wow zeigt euch zeig dich weder oh mein gott das ist so geheimnisvoll da vorne sehen wir schon in den röhren irgendwelche komischen lebewesen ein körper gefüllt mit den erinnerungen eines toten hey was habt ihr mit ihr gemacht oh mein gott spannender kampf waiter star akila oh mein gott und wieder quick time event hui ich will nicht hassen was er geliebt hat nein niemals werde ich hassen was ich eigentlich liebe nein oh gott stellt euch mir feigling äh okay sind das meine brüder oder wie die ganzen klone ähm okay sehr interessant finde ich irgendwie ganz witzig gemacht hier der ort ist irgendwie äh so so semi geheimnisvoll und irgendwie cool doch gefällt mir ganz gut so und juno juno ja genau ach du scheiße da kommt ja aus dem nichts der alte camper zalando der hat schuhe bekommen so ich hab mal wieder einen scheiß heute ist ja unglaublich so ja so ist das eben wenn man mal einen tag urlaub hat dann wird man ganz belämmert ähm ach ne ja und jetzt hier kamerafahrt ganz gediegen ach guck mal da sind sie unsere brüder unsere schwestern oder was bist du denn für ein ekelhaftes vieh hier ii deine rückkehr war doch nur eine frage der zack richtig jetzt wirst du dich mir unterwerfen oder du sterbst hier wo du erschaffen würdest ja super jetzt können wir gegen unseren alten Pfarrer kämpfen hier darf wader ok es ist nicht unser vater aber es ist unser schöpfer oder so wie auch immer wir wissen es ja nicht ganz genau so wie bist du zu besiegen hier ich boom ok jetzt rastet er aus und holt Verstärkung was ne Pussy kann uns wohl nicht alleine gegenüber treten die alte Schrapnelle man 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 ist das billig von dir was ha wir können sie für uns kämpfen lassen mit dem Geistestrick ich glaub's nicht ey das ist doch mal so geil ja jetzt hat der Geistestrick dann doch schon seine Vorteile hier superschön so stirb wader du alte Kanone ach du bist auch so ein Experiment zu alter Horst mit deiner komischen schwarzen Maske hier du alte hessische Sau ach komm ach jetzt will er auch nicht mehr drauf gehen hier hallo ja was machst du jetzt hier bist du jetzt hier unbesiegbar oder wie man 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 die Frau ist nicht bedeutungslos hier gib sie mir ah ups wo sind meine Schmerzen ach da sind sie hier ja ja der Typ ist grad ein bisschen so auf dem Abwehrtrip ähm was kann ich denn noch machen hier keine Ahnung ja du bist ja auch so ne Gurke was was toll toll super super wader ok jetzt müssen wir die Plattform greifen mit der Macht und sie runter ziehen super Sache ähm da ist sie und runter mit dir wiii das fängt die verkackte Framerate wieder an einzubrechen ich glaub ich krieg mich nicht mehr her ich bin so froh wenn das hier vorbei ist und ich wieder ein Spiel let's playen kann das nicht so rumspackt das ist ja ekelhaft man 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 weißt du bei Battlefield da würdet ihr es verstehen da hab ich es ja auf Ultra gezockt und das hat generell eine ziemlich hohe Anforderungen und da hat nichts geruckelt und hier bei Star Wars fängt es an zu lenken und zu rückeln das ist ja irgendwie ziemlich komisch aber naja so ist das eben hier damit muss man leben wende den Machtangriff an um die Kontaktwerber was was um die Klontanks zu fangen und Vader zurückzuwerfen cool mach ich mach ich doch glatt hier frisst das Gurke du ach gut der kam aus dem Nichts so der nächste bitte danke und weg und komm und der nächste und und komm und ja äh ne scheiß drauf wir müssen hier rüber so einmal das und einmal ui darüber ha von hinten angegriffen so hier habe ich das Gefühl der Kampf wird eine Weile dauern ach guck mal noch mehr so von diesen Klonen so jetzt Leute kämpft für mich und ihr seid auf der sicheren Seite so habe ich sie alle jetzt ja habe ich so mach den platt los tut tut was ihr tun müsst so und ach ne jetzt wird er hier wieder ab ach Gott jetzt greift er uns auch noch hier in der Luft oh da haben wir uns befreit ach du bist echt du bist echt ein nerviger Gegner der pustet die ganze Zeit hier durch die Gegend das nervt das ist mega laut ok was glaubst du so ich werde dich zerbrechen ja das werden wir sehen groß Maul ich habe euch schon einmal besiegt ich tue euch wieder oh mein Gott ist das ein Kampf hier voller Emotionen ach episch welch episches Ende so und runter mit dir na los werf deine doofen Behälter hallo hallo ich werde dich ersetzen wieder und wieder ok hä nein ein Kind wie süß ach ja jetzt dürfen wir dem alten Sack da wieder hinterher laut latschen man 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 oh Gott ne warte mal wo ist denn der da oben ach falscher Knopf äh taste oder wie auch immer so ach kacke ich konnte nicht greifen jetzt aber los hol's äh hallo ach jetzt alles klar ähm ach da müssen wir rüber ah halt das geht nicht ja mach ich auch du Sau aber du bist hier grad ein Feigling und haust ab so kannst ruhig so weitermachen hier du alte Nudel ach jetzt kommt doch her kraft das Ding ach das war ein bisschen doof kann man da jetzt rüber nein kann man immer noch nicht ich glaube auch nicht dass wir darüber müssen irgendwie ich will irgendwie nicht darüber springen aber hua doch klappt man das war jetzt irgendwie so ein bisschen heikel ich habe ein bisschen Schiss gehabt dass das irgendwie nicht klappt das wäre natürlich doof gewesen ach jetzt kommen wieder ewig viele von diesen Klonen so los tut was tut das was ich sage so ab geht's ui ui irgendwie schon ein Opfer lässt sich hier mit diesen Tanks bewerfen aber naja ok da können wir nicht weiter ja kann ich da jetzt rüber ich habe wieder Schiss da ein bisschen rüber zu jumpen und ja das geht auf jeden Fall das ist doch nicht so schwierig wie es dann aussieht ach ist das ne Pussy dauernd halt er ab das ist ja unmöglich hier bleib doch mal an einer Stelle stehen und lass dich besiegen du alte Pussy so und rüber und jetzt wieder Geistestrick so jetzt das ging aber schnell hier so und der nächste ach der lebt immer noch da hinten halt die Klappe jetzt du doofer Klon so tot du bist einer von vielen die sterben nein nicht ganz du war da zumindest denke ich das mal ich weiß gar nicht wie das Ende hier ausschaut ich meine beim letzten Mal ist der ja irgendwie ne so ein bisschen gestorben der liebe Starkiller ähm dass diesmal aussieht wissen wir ja gar nicht so und doch besiegst du mich nicht wenn du Jugi spielen willst meinetwegen du bist ein toter Mast ihr lebt du bist ein gescheitertes Ekonomiment ach lol da war eben eigentlich schon fast tot weil er in der Luft gestanden ist aber gut ach ne es kommen wieder tausende von den Teilen ah der Kampf der dauert ein bisschen ne der ist nicht ganz so mega schnell ist halt auch der Endboss ne kann man irgendwo verstehen wenn der vielleicht ein bisschen länger dauert als der Rest ist verständlich ach ja und weiter geht's man 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 dieser immer gleiche Ablauf oh man ah ja die Schwerter treffen sich nicht ganz aber gut war halt ein kleiner Fehler mittlerweile wissen wir ja ok Star Wars hat er hat er mehr als nur einen kleinen einen kleinen Fehler im Spiel ach du bist doch eine Pussy hier ah so hm ok irgendwie ich werde immer dein Meister sein du wirst immer ein Sklapp ach das ist doch hier hm wir machen ihm nur wenig Schaden er brennt ein bisschen kann das sein ja der brennt der Typ der brennt what the fuck ja jetzt geht's weiter auf die nächste Ebene ach ja und warum auch nicht jetzt kommen wir mal wieder ein paar von diesen Teilen ne standards würde ich sagen ja jetzt hier los macht mal euren Daddy hier platt der ist grad ein bisschen böse auf euch du der will euch keine Schokolade verkaufen äh verkaufen ja schenken los wir machen wir so wenig damage das ist unglaublich wir haben noch nicht mal die erste Lebensanzeige zur Neige gebracht das ist boah ewig ewig ja tötet ihn ja ja wir wissen von deinen Plänen die überhaupt nicht funktionieren und jetzt macht die Typen da willenlos los ja er wird mich tausendmal zerstören ach ja das würde ich sehen du ach jetzt ach der Typ wehrt alles ab ich glaub's nicht ok jetzt geht's weiter mit mit Lichtschwertkampf Quicktime Event und x ja ach ja und weiter ich hab ein bisschen Hunger muss ich sagen irgendwie keine Ahnung upsala das ging aber jetzt plötzlich ach und wieder geht's weiter man 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 bist du ein Feigling du alter sag du hoffentlich nimmt der Kampf noch ein paar andere Facetten an das ist ein bisschen arg eintöhnlich finde ich aber gut oh jetzt wird's spannend Auge um Auge Zahn um Zahn ja oh ja oh ja und jetzt nein er schlägt uns ach das macht man nicht das ist mit einem Umhang los ja und der haut jetzt ab oder wie na toll wo ist sie oh oh hi Juno beuge dich oder sie stimmt Moment Moment ich gehorche euch aber lasst sie gehen Finde und töte General Cota weigerst du dich stirbt die Frau Kehre zu mir zurück und gib dich der dunklen Seite hin widerstehst du stirbt sie und nach deiner Ausbildung wirst du die Anführer der Rebellen jagen und eliminieren versagst du stirbt sie No lol oh lol 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 fail würde ich sagen ja und schon geht's wieder weiter mit dem Kampf gegen Darth Vader die nächste Runde geht los und äh was ist das denn da unten ist das irgendwie so ein äh keine Ahnung auf jeden Fall bewegt sich da irgendwas so ach Gott jetzt habe ich hier die Wut in mir oder wie dauerhaft und immer präsent das ist ja toll ich merke gerade der Kampf geht schon ähm der Part geht schon ein bisschen länger ähm ja egal komm das hier das große Finale steht ja anscheinend an dann lass ich den Part dann auch mal ein bisschen länger werden und scheiß drauf ähm ok so ja und und es geht weiter ihr Tod verleiht dir Steppen nutze sie wenn du der Trau folgen willst meinetwegen weil da ist so eiskalt ich glaub's gar nicht wie kann man so kalt sein oh nein oh nein oh das macht schade oh das haut rein du tot tot ah nein nicht ganz ey das hat's ey alter jetzt so ja der Kampf könnte schon bald vorbei sein so wie es aussieht ach Gott jetzt geht er ab hier alter das sieht das sieht mittlerweile irgendwie ganz cool aus auf sowas habe ich gewartet hier so ein epischer Endkampf gegen den alten Raider die alte Socke hier Mann 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 oh jetzt geh mal drauf hier es ist fast soweit ach laber kein Scheiß hier jeder liebt Starkiller ok jetzt aber und tschüss stirb doch stirb doch wieso geht das nicht wieso geht das nicht what the fuck jetzt stirb doch das gibt es gar nicht achso er darf nicht sterben das ist der Clue dahinter ja toll und jetzt kommt wieder so eine doofe ach ne ok komischerweise sind wir jetzt fast wieder am Abgrund unserer ok das ist ein bisschen komisch hier achso achso ok jetzt hangeln wir uns hier von Ast zu Ast nicht so gut ha fail würde ich sagen da fehlt ne Hand mein Lieber oh ok achja jetzt wird der liebe Vader wieder ein bisschen böse hier achso 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 ok alles klar das war ein bisschen verwirrend weil ich diesen RT Knopf nicht so gut kenne wegen der Xbox ich bin ja kein Xbox Zocker sondern Playstation Zocker und da heißt das eben R2 und nicht RT aber gut das ist jetzt nicht so das Problem gewesen nur eine kleine Verwirrung war da ah ja jetzt aber macht den Kerl doch endlich Platz ich glaub's gar nicht ok also irgendwie machen wir eben null Schaden ich glaub wir haben wir haben haben eben vorhin zu viel Schaden gemacht als dass das jetzt großartig noch irgendwas bringt hier sieht sieht aber total gut aus muss ich sagen also sieht irgendwie schon mächtig aus das ganze dünns hier la 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 und weiter drücken und weiter drücken und ich drück und drück und drück und ich drück und drück und drück aber irgendwie passiert nicht viel ich kann bald nicht mehr drücken ach endlich ach ne jetzt ruckelt's wieder Arschloch für sie sind nicht real für mich sind sie das halt ihr wollt ihn genauso tot sehen wie ich ja aber noch nicht wir brauchen die Geheimnisse des Imperiums ihr wollt ihn gefangen nehmen? und in einer geheimen Rebellenbasis befragen und wegen Verbrechen gegen die Republik vor Gericht stellen und dann explodiert mich um der Galaxis zu zeigen dass sie ihn nicht länger fürchten lass ich ihn leben verfolgt er mich ewig er ist der einzige der weiß ob Starkeller überlebt hat tot kann er dir das nicht sagen ähm ähm ich trecke mich nieder es ist eine bestimmte hm sind wir mal böse oder gut ach komm wir sind gut die töten bringt sie auch nicht zurück sind wir mal ein guter Junge ne fesselt ihn mit irgendwas mit irgendwas Kabelbinder ich kann sie leider nicht wieder belegen tut mir leid ach man phoenixfeder phoenixfeder das ist nicht deine Scheude ich hätte hier bleiben sollen was ist das denn für ein Klischee hier oh mein Gott was ist das denn für ein Klischee hier da wir sind am Leben uler ne sag bloứ her erschweigen Wir schicken ein Dutzend kleine Frachter in alle Richtungen. Selbst wenn jemand erfährt, dass wir ihn haben, können sie ihm nicht folgen. Exzellent. Und die Sicherheitsleute? Es ist alles vorbereitet, euer Hoheit. Wir kontaktieren euch, sobald wir Vader sicher auf Dantooine weggesperrt haben. Gut. Dies ist ein Wendepunkt für die Allianz. Ihr könnt stolz sein. Möge die Macht mit euch sein. Ich ließ euch leben. Ihr nanntet mich einen Klon. Aber ich verschonte euch. Kurt hatte vielleicht recht. Und es war nur ein Trick, um mich vergessen zu lassen. Wer ich wirklich bin, damit ich wieder euer Sklave werde. Wie dem auch sei. Ich ließ euch leben. Ich habe eure Macht über mich gebrochen. Solange sie lebt, werde ich dich immer kontrollieren. Ich habe mich gebrochen. Lichtgeschwindigkeit. Ja, das war es dann anscheinend auch schon mit Star Wars The Force Hande 2 und schon wieder ist ein Projekt abgeschlossen, was weiß ich, was als nächstes kommt, kann ich noch dies sagen, zumindest nicht jetzt, wenn der Part hochgeladen ist, was ja noch ein bisschen dauert, also nicht mehr lange, aber ein bisschen, habe ich wahrscheinlich aber schon was gehabt. Weil das dann auch mal an der Zeit wäre bis dahin. Ja, weiß nicht, ist das jetzt irgendwie lohnenswert, sich hier die Credits anzuschauen oder gehe ich mal ganz kurz auf Fortsetzen und schau, was passiert. Ja, wir starten wieder am Anfang, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts, ja, nicht gesehen, was irgendwie von Relevanz wäre, aber gut Leute, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal, beim nächsten Projekt besser gesagt, von mir, dem Morg. War auf jeden Fall ein cooles Spiel, storytechnisch war es solide auf jeden Fall und generell schon sehr spaßig, ein bisschen eintönig, aber na gut, ist ein solides Spiel, ist okay auf jeden Fall, also ich sag mal, die Wertschuhen kann ich in gewisser Weise schon nachvollziehen, die die Presse so rausgehauen hat, ansonsten würde ich aber sagen, für ein Let's Play ist das eigentlich ein sehr geeignetes Projekt. Okay, so gut, dann bis zum nächsten Mal Leute, viel Spaß, noch schönen Tag, noch vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, ciao.